Musik Farm anziehen war angesagt bei der diesjährigen Aussendung der Sternsinger an der St. Josef Kirche in Dülmen. Rund 50 Kinder hatten sich bei 0 Grad am Samstagmorgen um 9 Uhr versammelt, um den Segen und die Sammelbüchsen in Empfang zu nehmen. Den Segensgruß stellen aber vorher schon die Spendenbox quasi vor die Haustür. Die Hausbewohner sind dann eingeladen, quasi eine kleine Süßigkeit und eben die Spendenbox dann das Geld reinzutun. Langweilig soll es in Dülmener Wohnungen im kommenden Winter 2022-23 nicht werden. Mit einem neuen Monopoly-Spiel will Dülmen Marketing für spannende Unterhaltung sorgen. Der besondere Clou, das neue Monopoly-Spiel wird eine Sonderedition nur für Dülmen. Musik Förster Klaus Benze macht einen Routine-Rundgang durch das Waldgebiet Börnster Alpen. In der Nacht tobte das Orkantief Jelena über Nordrhein-Westfalen mit Sturmböen von bis zu 120 km pro Stunde. Das macht sich auch im Wald bemerkbar. Also ich habe noch keine Datenzahlen und selber auch noch nichts gesehen. Es wird sicherlich, das ist das, was man aus dem Radio hört, hier und da mal ein Baum umgebrochen sein. Da wir aber schon inzwischen keine Fichten mehr groß haben hier in Münsterland aufgrund der Trockenheit, das war immer eine Baumart, die sehr anfällig war, bin ich einfach mal gespannt. Das Kalenderblatt zeigt den 22.02.2022, ein besonderes Datum auf dem Kalender. Das dachten sich auch viele Brautpaare in Dülmen. Gleich elf Paare aus Dülmen und Umgebung waren zum Trauzimmer ins 1a gekommen, um sich das Ja-Wort zu geben. Heute ist ein besonderes Datum, 22.02.2022, an dem heiraten die Paare halt gerne, genauso wie 8.08.88, 9.09.1999. Das sind wirklich so Daten, die ins Auge fallen. Eine 14 Meter lange und 9 Meter breite Walsskulptur können die Besucher ab Samstag in der Heiligkreuzkirche bewundern. Die Walsskulptur stammt von dem israelischen Künstler Gil Schachar, der sie von einem gestrandeten Buckelwal anfertigte. Ich habe das geträumt. Ich habe geträumt, dass ich ein Wals abgieße. Das ist, Abkuss ist mein Medium sowieso. Und die Ideen kommen oft in, ich sehe die Skulpturen. Ein Blick ins Regal, solch einen Anblick gab es sonst nur zu Weihnachten. Leere Regale bei Mehl und Zucker. Inhaber Thomas Jacobi freut sich, dass er soeben noch mit einer Palette Mehl beliefert wurde. Denn durch die Hamsterkäufe war der Vorrat bis gestern so gut wie abverkauft. Ja, wie Sie sehen, wir haben heute wieder Mehl bekommen. Im Moment kriegen wir noch jeden Tag Ware, die aber dann nicht den ganzen Tag hält. Randsorten leider im Moment gar nicht. Wir sind froh, dass wir überhaupt noch was anbieten können. Die Flammen lodern und verbrennen Holz. Keine Brandkatastrophe, sondern das traditionelle Osterfeuer im Wildpark. Es lockte am ersten Osterfeiertag Hunderte von Besuchern in den Dülmener Wildpark. Und das Wetter spielte auch mit. Veranstalter war der Schützenverein Nieströter. Wir haben das 2019 von der Kirchengemeinde St. Victor übernommen, die das vorher immer schon gemacht hatte. Und die hatten uns 2019 gefragt, bevor es einschläft, ob wir das übernehmen würden, weil es immer schwieriger war, Aktive zu finden. Und da haben wir das gerne übernommen. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine werden auch in Deutschland immer spürbarer. Immer mehr Flüchtlinge versuchen über Polen, nach Deutschland zu fliehen. So auch Anna Polipchuk aus Charkiv in der Ukraine. Sie, ihre Eltern und ihr Sohn wohnen seit ein paar Wochen in Rorup. Sie nehmen am Deutschunterricht teil. Ich habe in der Ukraine in Charkiv gelebt. Das ist eine Großstadt mit 1,5 Millionen Einwohnern. Ich war dort am ersten Tag, als der Krieg begann. Es war sehr laut und ich hatte große Angst um mich und meinen Sohn. Deshalb sind wir geflohen. Ich war dort eine Augenärztin und habe auch noch weiter studiert, um meinen Doktor zu machen. Den Tag des europaweit einheitlichen Notrufs 112 nahm der Kreis Coesfeld zum Anlass, eine besondere Veranstaltung zu initiieren. Am 22. Mai 2022 von 10 bis 17 Uhr fand zum ersten Mal ein Tag der Sicherheit auf dem ehemaligen Kasernengelände in Dülmen statt. Das zentrale Thema dabei war die Eigenvorsorge und Vorkehrungen der Haushalte für Notfälle und Krisen, zum Beispiel einer Vorratshaltung. Mit allen Kräften, die wir haben, können wir nicht überall gleichzeitig sein. Und das bedeutet, im ersten Zuge ist jeder erstmal für sich selbst verantwortlich. Man muss sehen, dass er sich dann mit Nachbarschaft, mit wem auch immer hilft. Im Zweifelsfall, wenn wir zum Beispiel längeren Stromausfall haben, muss man ja auch sehen, wie halte ich es mit meinen Lebensmitteln, wo kriege ich was zu trinken her, wo bekomme ich was zu essen. Der Spielmannszug Buldern blickte am Samstag auf sein 90-jähriges Bestehen seit dem Jahre 1932 zurück. Damals gründete Lehrer Konrad Wegener den Bulderner Spielmannszug. Und er hat die Ausbildung dann auch selber übernommen, am Klavier meines Wissens oder beziehungsweise an der Geige sogar auch teilweise. Und ja, es haben sich schnell zwölf, 15 Personen, Männer gefunden oder Kinder gefunden, die bereit waren mitzumachen. Zum Jubiläum waren 13 befreundete Vereine nach Buldern gekommen. Das Wetter spielte mit. Zunächst gab es einen Umzug durchs Dorf. An der Spitze des langen Zuges marschierte der Fanfarenzug Buldern. Mit dabei Schützen aus Buldern, Mitwig-Weddern und Hiddigse. Aus organisatorischen Gründen marschierte der Spielmannszug Buldern selbst nicht mit. Nicht am Aufgang des Riesenrades, sondern an der Kasse des Disco-Jets hatten sich diesmal die Vertreter der Schausteller von der Stadt Dülmen und der Politik versammelt. Nach zwei Jahren Pandemie fand in Dülmen jetzt erstmals wieder eine Kirmes statt. Für die Schausteller war das natürlich eine sehr schwierige Zeit, wie man sich vorstellen kann. Wir haben zwei Jahre gar keine Umsätze machen können. Wir haben natürlich betriebliche Hilfen bekommen vom Staat, die aber den Betrieb von den meisten Kollegen wohl aufrechterhalten haben. Aber halt für die persönliche Ausgabe musste man an die Altersvorsorge gehen. Und wir sind natürlich sehr, sehr froh, dass es jetzt dann wieder losgeht. Die Badausstellung der Firma Elting war am Sonntag, dem 12.06.2022, Anlaufpunkt für Kunstliebhaber. Im Mittelpunkt der Ausstellung stand eine Versteigerung von Kunstobjekten. Dazwischen der Fernsehmoderator Harry Weinfurt, bekannt von der Fernsehshow Der Preis ist heiß. Weinfurt hatte sich spontan bereit erklärt, die Versteigerung zu übernehmen. Harry Weinfurt leitete die Versteigerung souverän. Er kennt sich mit Versteigerungen aus. Ich habe früher schon sehr viele Auktionen gemacht. Ich habe Pferde verauktioniert, und zwar Westernpferde. Ich habe selber gezüchtet. Und dann haben wir eine Verkaufsplattform gesucht. Und bei einem Riesenturnier in Nordbayern haben wir dann 40 Pferde versteigert. Die Welt steht Kopf, Upside Down, so der Name einer neuen Inszenierung von Theater Titanic. Am Dienstag präsentierten die SchauspielerInnen eine 360-Grad-Performance unter der Regie von Marie Nandico und Katrin Eilsen. Christian Backhaus kann sich an die herausfordernde Probenarbeit auf der sieben Meter hohen Metallkugel gut erinnern. Also dieses Projekt war sehr, sehr anspruchsvoll, weil sehr viel Planungsarbeit nötig war und sehr viel Ingenieursarbeit auch und baustatische Arbeit. Und natürlich für uns Performer, die normalerweise als Schauspieler immer in Sprechtheater oder als Titanic üblich schon auch in besonderen Situationen unterwegs sind. Das Theater Titanic, in Münster und Leipzig beheimatet, gehört mit seinen spektakulären Projekten und Stadtinszenierungen zu den bedeutendsten Open-Air-Theaterkompanien Europas. Wohin in den Ferien? Fragen sich viele Eltern. In Dülmen wird dazu einiges angeboten. Besonders im ländlichen Bereich Dülmens laden verschiedene Reiterhöfe zu Kennenlernen-Aktionen ein. Am Samstag, dem 9. Juli 2022, fand auf dem Hof Wessendorf wieder eine Aktion für Kinder statt, um sich mit einem Pferd vertraut zu machen. Zunächst durften sich die Kinder ein Pferd aussuchen. Natürlich musste die Größe passen. Wir sind hier ein Freizeithof. Wir machen also keine Turniere, also nur so, aber auch richtig Schulunterricht dabei. Und wir machen dann eine riesengroße Runde durch den Wald, wo die eventuell auch mal ein bisschen traben können, die Kinder. Besser konnten die Voraussetzungen für den Kunsthandwerkermarkt in Haus Dülmen nicht sein. Trockenes Wetter und angenehme Temperaturen. Die Ortsgemeinschaft in Haus Dülmen hatte wieder etliche Standbetreiber gewinnen können, darunter auch Stammgäste. Also diesmal sind es 30 Künstlerinnen und Künstler, die hier sind, ganz unterschiedlicher Art. Das Angebot an kunsthandwerklichen Gegenständen war riesengroß. Ob Textil, Skulpturen aus Holz oder Figuren aus Porzellan, für jede und jeden war etwas dabei. Dann formierten sich die Musik- und Schützenvereine zu einem langen Festzug durch die Dülmener Innenstadt. Ein besonderes Highlight war dabei der Marsch durch das Lüdinghauser Tor. Ein besonderes Wahrzeichen der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Dülmen. Der Kartoffelmarkt und offene Läden lockten am Sonntag viele Besucher in die Dülmener Innenstadt. Zeitweise ging nichts mehr. Dülmen Marketing hatte eine ganze Reihe von Standbetreibern für den Kartoffelmarkt interessieren können. Im Mittelpunkt standen wieder die Angebote der holländischen Händler. Für musikalische Unterhaltung im Dixieland Sound sorgten die zwingenden Gärtner vom Niederrhein. Am Ende der diesjährigen Schützenfest-Saison gab es für die Schützen aller Dülmener Vereine nochmals ein Highlight. Auf dem Programm stand das Kaiserschützenfest in Börnste. Anschließend formierten sich die Schützen aus 18 Vereinen zum langen Umzug nach Börnste. Für diejenigen, denen der Weg nach Börnste zu weit war, stand ein Bustransfer zur Verfügung. Musikalisch begleitet wurden die Schützen von der Stadtkapelle, dem Perflu-Orchester der Kolpingsfamilie Dülmen, dem Spielmannszug Buldern, dem Musikverein Asbeck und den Blauen Husaren Großfeld. Nach zweijähriger Corona-Pause war es auf dem Dülmener Marktplatz wieder einmal so weit. Rund 60 Vereine und Institutionen hatten sich beim traditionellen Bürgertreff am 3. Oktober eingefunden. Für die Vereine stand im Vordergrund, sich an den Ständen zu präsentieren und für ihr ehrenamtliches Engagement zu werben. Musikalisch Besonderes Highlight war die Demonstration einer Rettungsschere und die Bergung einer verletzten Person aus einem Fahrzeug am Königsplatz. Diesen Part hatte die Feuerwehr und das DRK übernommen. Die Herzen von Eisenbahnfreunden schlugen am vergangenen Wochenende höher. Der Grund, die Modelleisenbahnfreunde im Bahnhof Buldern hatten eine 90 Meter lange Modelleisenbahnanlage aufgebaut und alle interessierten Besucher eingeladen, sich die Anlage anzuschauen. Die derzeitige Großanlage soll in den nächsten Tagen wieder abgebaut werden, um Platz für etwas Neues zu schaffen. Auf überregionalen Treffen von Modelleisenbahnfreunden wollen sich die Bulderner Anregungen für den Bau einer neuen Anlage im kommenden Jahr holen. So wie die privaten Gas- und Stromnutzer sind besonders Betriebe mit erhöhtem Gas- und Stromverbräuchen in der Produktion darauf angewiesen, kurzfristig Informationen über Kostensteigerungen zu erhalten, um planen zu können. So zum Beispiel die Bäckerei Grote. Für die Backöfen wird Gas als Hauptenergie benötigt. Daneben sind auch die Stromkosten nicht unerheblich. Wir sind die Bäckerei Grote in Dömen. Wir haben in Dömen zehn Filialen, alle hier im nahen Umkreis und wir sehen uns als regionaler Versorger im Backwarenbereich. Die Energiekosten sind natürlich wahnsinnig im Moment, weil das Bäckerhandwerk halt leider nun mal ein sehr energieintensives Gewerk ist. Man sieht ja hier mit den Öfen, Kühlanlagen, also eigentlich brauchen wir für alle Strom und Gas in sehr großen Mengen. Auch die letzte Aufführung der Dömener Figurentheater-Tage war ausverkauft. Auf dem Programm stand ein Figurenspiel der Bühne Zipolla nach Fjodor Dostoevskys Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Es ist eine Adaption zu Dostoevsky und ich finde es ganz wichtig, dass Literatur die Chance hat, lebendig zu werden. Am Mittelpunkt des Spiels stand ein namenloser Beamter, der mit Hilfe einer kleinen Erbschaft sein Dasein im Keller fristet. Er wird im Spiel in verschiedenen Facetten gezeigt. Dostoevsky beschreibt ihn als bösartig, verkommen und hässlich, aber hochgebildet. Figuren-Spieler Sebastian Kautz und sein für die Musik zuständiger Partner Gero John haben in zweijähriger Vorbereitungszeit Spielvorlagen aus dem Roman entwickelt. So voll war die Eisfläche noch nie. Die Überdachung zahlte sich bereits bei Eröffnung des Dürmener Winters aus, denn die Regenschauer blieben draußen. Philipp Böckmann moderierte die Eröffnung des Dürmener Winters auf der Eisbahn. Als Highlight für die Kinder gab es einen Lampion-Umzug mit dem Nikolaus. Gleichzeitig wurde der Weihnachtsmarkt auf dem neu gestalteten Viktor-Kirch-Platz für den Besuch freigegeben. Trotz eisiger Temperaturen am Freitagvormittag. Der Grund, das Fahrradparkhaus, ein weiterer Bauabschnitt am Dürmener Bahnhof, ist fertiggestellt. Bürgermeister Carsten Höfekamp, Mitarbeitende der Stadt Dürmen, der Politik und Vertreter der beauftragten Firmen, hatten sich zur Freigabe eingefunden. Stadtplaner Philipp Scholz erläuterte die Anzahl der Stellplätze und gab Hinweise zur Nutzung des Fahrradparkhauses. Wir haben das Fahrradparkhaus vor 14 Tagen eröffnet und es wird auch schon ganz gut angenommen. Wie man sieht, stehen hier also schon etliche Fahrräder. Insgesamt können hier ca. 700 Fahrräder abgestellt werden. Herr Wichmann, Sie haben sicher einen Plan erstellt, in welcher Abfolge die Traktoren fahren. Können Sie erläutern, wie sich der Zug zusammensetzt? Was sehen die Zuschauer am Anfang? Motto Wagen oder wie läuft das? Ja, genau. Also eigentlich vergleichbar zu den Vorjahren. Die Besonderheit in diesem Jahr ist, dass der Kindergarten in Mehrfeld das erste Fahrzeug gestaltet hat. Und da sozusagen ein Rentier mit einem Schlitten auf so einem Anhänger gebaut wurde, der wird entsprechend beleuchtet und musikalisch unterstützt. Also ich glaube, das ist so, zumindest hier für die Mehrfelder, die Attraktion, wo die lange darauf hingefiebert haben und wo die Kinder mit Herzblut viele Tage daran gearbeitet haben.